Das ist mein zweiter Vortrag, auf den ich mich habe überreden lassen. Halt doch mal einen Vortrag, wir haben nicht so viele. Deswegen habe ich überlegt, meine Lieblingserfahrung werden 18. Genauso wie dieser kleine Plüschpinguin, der damit auch zu tun hat. Wir haben eine intensive Vergangenheit, mein Kleiner. Weil den sehe ich nämlich sehr häufig damit. Genau, deswegen mache ich einfach mal einen Vortrag, nehme ich einfach mal mit. Es wird eher eine Erzählung statt ein technischer Vortrag. Es wird ein paar Memes geben, die ich dachte, die vielleicht lustig sind. Vielleicht versteht man nicht sofort. Frag gerne nach, was gemeint ist. Ich versuche das zu übersetzen. Als allererstes muss ich die Frage stellen, haben wir einen Arztnutzer oder Nutzerin unter uns? Gut, dann hast du es jetzt hiermit gesagt, dass du das benutzt. Danke. Ich stehe da so. Nicht, dass du das mit dir schleppst. Das kannst du gleich aussprechen, dass du das benutzt. Ich bin über Architektur oder AORP-Packagement-Träger. Okay, gut. Dann verstehst du den Witz auch, dass man das sagen muss, dass man Arch benutzt. Benutzt noch jemand von euch Arch, die gerade dazugekommen sind? Arch? Ja? Möchtest du das kurz erwähnen? Bevor wir anfangen. Nicht, dass sich Druck aufbaut. Wie spricht man eigentlich richtig aus? Oha. Das würde diesen Vortrag ein bisschen sprengen. Also dabei ist doch bei Hipstern nichts so erst modern, oder? Ja, aber wenn ich Arch benutzen würde, hätte ich schon was gesagt. Ja, eben. Vielen Dank für diese Anregung. Deswegen dachte ich, ich baue das gleich vorne im Vortrag ein, damit dieser Druck nicht entsteht, dass man es dann gesagt hat, weil ich sage nachher vielleicht Ubuntu nicht, dass da was aufkommt. Dann ist es gleich ausgesprochen. Ubuntu zum Vortrag. Ja, genau. Ich habe meine ersten Berührungspunkte tatsächlich 2004 mit Linux gehabt. Und zwar gab es da so einen verrückten Typen an der Bushaltestelle. Der hatte ab und zu genau dieses Plüschtier dabei und hat mir gesagt, du musst unbedingt ein Linux verwenden. Das ist voll gut. Dann hat er seinen Rucksack aufgemacht und dann war ein OpenSUSE-Paket. Ich glaube, damals hieß es nur so noch drin. Mit vielen Handbüchern und wenig CDs, das weiß ich noch. Das war meine erste Erfahrung. Auf dem einen Bild sieht man mich auch. Neben diesem Pinguin, ich halte ihn mal hier daneben, da, man könnte es erkennen, da oben ist er. Der kleine Kopf rechts von dem Pinguin, das bin tatsächlich ich mit 14, der da vor so einem Rechner sitzt und sich Linux anguckt. Ich glaube, das war sogar mein eigener Rechner. Die Kameras waren zum Glück nicht so gut, deswegen, man kann das nicht so gut sehen. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Das war auf dem Luke-Camp in Flensburg damals. Genau, denn die anderen Erfahrungen, die ich meistens gemacht habe, waren dann, in dem Alter macht man nicht so viel Sinnvolles, also ich zumindest nicht. Wie kriege ich meine Spiele auf Linux, wenn ich das schon benutzen muss? Habe dann damals World of Warcraft auf Linux gespielt, das war das Highlight. Und bin halt ab und zu dann bei den Linux-User-Group-Treffen da vorbeigekommen und habe geguckt, was die anderen Coolen machen. Genau, wie es denn auch so üblich ist in dem Alter, das ist das andere Meme. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Vielleicht kann man sich ja mal melden, wenn man weiß, was damit gemeint ist. Sonst erkläre ich es kurz. Okay, da hinten nickt einer, hinten nickt einer. Nein, ich erkläre es kurz. Ja, ich erkläre es kurz. Ich bin mir sicher, ob Specktrack oder Kali-Linux-Symbol ist. Ich komme da immer durcheinander. Auf jeden Fall ist das natürlich, wenn man anfängt mit Linux, muss man natürlich die Hacker-Distribution verwenden. Das ist ja ganz klar. Da ist kein Office-Paket drauf. Hauptsache, du kannst irgendwas anzeigen, was du noch nie in deinem Leben verstanden hast. Da geht es auch zur nächsten Folie. Das passt ganz gut. Ganz wichtig am Anfang ist immer, du brauchst einen schwarzen Hintergrund mit grüner Schrift. Und das muss sich möglichst bewegen. Das ist das ultimativ. Und das gleich danach, du musst so viele Sticker wie möglich auf deinen Notebook packen. Ich empfehle Zimo-Affix und Termsail. Das musst du nachher nochmal mit dem Chat schreiben. Ich habe das nicht akustisch verstanden. Es gab hier gerade Empfehlungen dazu. Genau. Und ganz wichtig, man muss möglichst viele Basswörter um sich werfen. Also das ist ganz wichtig, wenn man anfängt mit Linux, dann muss man sowas wie Shell, Kapuzenpullover. Das ist ganz wichtig. Das muss. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man frisch damit angefangen hat, so zwischen 14 und 16, dann fällt einem das nicht schwer. Wenn man der Einzige in der Schule ist, der sein Notebook aufklappt, ich glaube, ich hatte noch keins, aber dass man dann sagen kann, zu Hause habe ich übrigens ein Linux. Heutzutage würde man sagen, ich bin übrigens Arzt-Nutzer, aber naja. Also ganz viele Sticker auf dem Gerät. Ich bin mittlerweile ein bisschen geheilt. Dieses Gerät ist zumindest verschont. Auf dem sieht man ein Thinkpad T500, was ich, glaube ich, im Jahr 2012 bekommen habe. Ich glaube, Baujahr 2008 ist das Gerät. Und es läuft immer noch mit leichten elektronischen Störgeräuschen, sage ich mal. Mit dem Ubuntu 1604 liegt bei mir zu Hause und funktioniert immer noch. Also das gibt es noch, so wie es da zu sehen ist. Genau. Warum eigentlich Linux benutzen wollen? Ich habe hier mal die Grafik dazu rausgesucht. Vielleicht kann ja jemand das wiedererkennen, was damit gemeint sein könnte. Da ist jetzt die Frage, die ich einfach mal stellen möchte, bevor ich da erkläre, warum man das vielleicht macht. Wer von euch supportet Windows beruflich? Wer möchte sich dazu nicht äußern? Da meldet sich mindestens eine Person. Die Hautfarbe nimmt leichte Färbung an. Kann ich vollkommen verstehen. Es ist vieles anders. Genau. Ich habe für mich irgendwann auch mal gesagt, ich gucke mir das einfach mal an. Damals war das noch nicht so, dass man sich so doll gestört hat. Man hat es einfach benutzt und es hat auch noch funktioniert bei Windows. Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Der Chef wollte das. Genau, der Chef wollte das. Ich habe mir aufgeschrieben, ich sage jetzt an der Stelle, warum meine Mutter keinen IT-Support mehr bekommt. Ich habe zu ihr damals gesagt, du darfst gerne ein Windows verwenden. Das war jetzt gar nicht mehr länger her als 10 Jahre oder so. Das ist gerade noch relativ frisch. Da habe ich gesagt, du kriegst keinen IT-Support mehr von mir, egal was es ist, wenn du jetzt ein Windows 10 installierst. Weil sie hat mich gefragt, Mensch Fabian, da kommt mir dieses Ding, soll ich da drauf? Und sie hat gesagt, nein, du drückst da nicht drauf. Und ich hatte den Plan, sie drückt da nicht drauf. Und beim nächsten Weihnachten, wenn man zu seinen Eltern fährt und den IT-Support macht, dann nimmt man mal eine Ubuntu-CD mit, spielt die drüber, sagt Mama, der Firefox-Knopf sieht immer aus wie der Firefox-Knopf. Mama, der Thunderbird-Knopf sieht immer aus wie der Thunderbird-Knopf. Mama, das Word ist ein bisschen kaputt, das sieht ein bisschen anders aus. Ne? Ne? Das, was alle Dropbox nennen, das heißt bei dir Nextcloud. Das ist nämlich das nächste coole Ding. Solche Geschichten. Jetzt hat sie den Fehler gemacht, sie hat auf Windows 10 Upgrade gedruckt. Das passiert halt damit, dass dann zum Beispiel bei jedem Update, was passiert, der Drucker nicht mehr funktioniert. Haben wir auch im beruflichen Alltag, wenn ihr einen Grund sucht, Linux zu verwenden, für mich ist das einer, ich kenne mehrere Kollegen, die haben Probleme mit dem Blutdruck an jedem Windows-Patch-Day. Und zwar nicht wenig. Ich will gar nicht wissen, was da an Geld verschwendet wird, aber für ein Unternehmen, was so viel Marktdurchsatz hat, solche Probleme noch durchzuführen, ist für mich unbegreiflich. Ich wollte selber auch beruflich schon wieder von Windows 10 weg. Ich habe es jetzt so kaputt gemacht, dass das Upgrade gerade nicht so gut funktioniert und deswegen habe ich da ein bisschen meine Ruhe. Oder ich druck halt nicht. Eins von beiden. Ich kann nur empfehlen, sich Gedanken zu machen, das noch weiter mitzuspielen oder nicht. Genau, wenn meine Mutter mich jetzt anruft und sagt hier, Fabian, ich habe wieder ein Problem mit meinem Rechner, sage ich, Mama, wie alle anderen auch, 150 Euro die Stunde oder ich schicke dir einen USB-Stick mit dem Linux drauf. Mit einem kleinen Schmunzeln, ich möchte ja nicht enterbt werden. Mein Plan ist, beim nächsten Mal ziehen wir das auch durch. Aber sie weiß das auch, ich habe das auch vorher abgesprochen, weil ich bin noch nicht enterbt, keine Sorge. Die ersten Jahre habe ich dann immer Dualboot verwendet. Das war eigentlich auch ganz toll, damit man natürlich in der Schule cool die schwarzen Hintergrund grüne Schrift hatte. Gleichzeitig aber, wenn man nach Hause gekommen ist, noch spielen konnte. War immer nervig, gerade wenn man auf die Idee gekommen ist, man hat jetzt ja einen Rechner, den möchte man ja auch ein bisschen sicher haben. Man hat immer ein bisschen mit Leuten zu tun, die sich um Sicherheit bemühen. Man möchte das gerne mal verschlüsseln. Und wenn man ausprobiert hat, ein Dualboot-System mit Bitlocker und der Linux-Vollverschlüsselung gleichzeitig zu benutzen, der weiß, es gibt a, wenig Tutorials, b, man braucht immer ein großes Speichermedium für die Backups, die man während der Zeit braucht, und c, jedes Mal das Ding einzuschalten und jedes Flackern vom Display ist ein Herzinfarkt. Auch wenn der Bootscreen manchmal flackert. Ich habe dann irgendwann gesagt, nö, ich teile das ein bisschen auf. Auf dem Gerät läuft zum Beispiel jetzt ein Linux, auf meinem Gaming-Rechner läuft ein Windows und ich habe auch ein MacBook. So, das heißt, für jedes Szenario habe ich jetzt das, was ich brauche und ich fasse es am besten Fall nicht mehr an. Und siehe, das eine Notebook auf der Folie da vorne, weil da vorne, da habe ich das genau so gemacht. Wenn ich das brauche, was da drauf ist, dann hole ich das aus dem Schrank, hänge es kurz an die Ladung und benutze das nochmal. Aber do not change a running system. Genau, ich habe mir aufgeschrieben, Lux und Bitlocker zusammen sind so lala. Ich weiß nicht, du hast auch genickt. Kannst du das bestätigen? Also klare Ansage ist ein Festplatten-Medium, nein, auf zwei verschiedenen kein Problem. Ansonsten gibt es auch die Variante Lux unter Linux und TrueCrypt auf Windows per Chainload im Grub. Das macht auch sehr viel Spaß und funktioniert sogar sehr stabil. Okay, ich versuche das mal zu wiederholen. Also Lux für Linux und TrueCrypt im Windows per Grub gestartet im Bootloader. Ja, per Chainload. Per Chainload. Was macht denn das Windows-Update, wenn es neu starten muss? Funktioniert das oder krascht das? Das tut im Prinzip das TrueCrypt durchschleiden. Okay. Windows behauptet selber schon gar kein Chainloader. Okay. Das heißt, das Meme hinter mir, das funktioniert in dem Moment tatsächlich mal, dass es nicht kaputt geht dabei? Ja. Okay, gut. Erinnere mich dran, das muss ich auf meine To-Do-Liste zum Prüfen schreiben. Das könnte man sich nochmal angucken. Genau, dann habe ich irgendwann mal angefangen, hatte ich vorhin glaube ich schon mal erzählt, kurz bevor das hier losging, warum ich auf meinen Nicknamen gekommen bin mit dem WLAN. Ich hatte mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich eine handwerkliche Ausbildung gemacht, war aber natürlich mit meinem Rechner unterwegs, der einen schwarzen Hintergrund hat und grüne Schrift hatte und das muss man ja auch benutzen und man muss ja auch kommunizieren. Zu der Zeit gab es noch nicht so offenes WLAN, das war noch nicht so der Trend zumindest. Da hat man pro Tag 2,50 Euro bezahlt für 1 Gigabyte. Das war das Glasfaser-Turgo in der damaligen Zeit fast schon. Da habe ich dann angefangen, mich mal ein bisschen mit Umwelttee zwangsläufig zu beschäftigen. Kurze Zeit hieß es ja Lede, ist jetzt ja wieder Umwelttee meine ich. Und da gab es damals diese Wouter, ich weiß gar nicht, kennt die jemand von euch? Schon mal gesehen? Du hast die schon mal gesehen? Eine Person? Sonst keiner? Das war damals so, das hat die Telekom heutzutage wieder, aber das ist jetzt, damals war das so, das muss 2008 gewesen sein? Ne, doch 2008, so um den Drehen kann das gewesen sein. Das war ein Anbieter, der hat Router verteilt und man hatte einen Account bei diesem Anbieter und wenn sein eigener Router so und so lange im Internet verbunden war, durfte man die Router der anderen Teilnehmer dieses Netzwerks benutzen. Das heißt, ich habe mir zu Hause sowas ins Fenster gestellt, bin dann durch die Gegend gefahren und konnte mich mit meinem Account von diesem Anbieter bei einem Gerät eines anderen Benutzers anmelden und konnte dort surfen. Das ist die Geschichte, warum ich in einer Bushaltestelle öfter saß und da gesurft habe und der Busfahrer jedes Mal genervt war auf diesem kleinen Dorf, weil der immer vorbeikam und der merkte, ne, ich will immer noch nicht mitfahren. Und alle anderen haben sich gefragt, was sitzt da für ein Spinner mit so einem ultra kaputten Notebook mit einem schwarzen Hintergrund und grüner Schrift in der Bushaltestelle und hängt da so an seinem Rechner rum. Später kam dann der UMTS-Stick dazu, das heißt, man konnte das dann auch mitnehmen und hatte dann Internet. Dann ging es aber auch los, deswegen hat das Gerät auch an der Seite eine Kerbe und das Gerät ist offen, dass man mal ein bisschen rumgespielt hat und zu gucken, was kann man eigentlich an so einem Router machen. Ne, weil man hatte sich dann irgendwann so einen Router gekauft, weil der aus der Linux-Gruppe gesagt hat, kauf dir diesen schwarz-blauen Router, der ist ganz cool. Hat man dann gemacht und da hieß es, ach, du hast gar keinen USB-Anschluss oder du hast gar keinen seriellen Anschluss oder du hast gar keine Speicherkarte oder sowas und du kannst da auch einen Druckeranschluss. Warum auch immer einen Druckeranschluss an so einen Router brauchte? Ich habe den einfach mal angebaut, sieht man anscheinend auf dem Foto. Ich weiß nicht mehr, warum ich den brauchte. Ich hatte keinen Drucker. Aber man musste das bauen. Das ist wahrscheinlich genauso wie mit diesem schwarzen Hintergrund und der grünen Schrift. Das war wohl ein Ding, was man brauchte. Später hat darauf quasi meine Freifunk-Erfahrung so ein bisschen aufgebaut. Da war das dann hilfreich, wenn man sich einen Router genommen hat. Meistens von jemand anders, dem man kurz helfen wollte. Falsches Eingabe. Router kaputt. Also Router aufgemacht, raufgesteckt, wieder geflasht und man konnte meistens noch was machen. Das sind auch so Erfahrungen, die ich da quasi gut mit einbringen konnte. Was ich heute noch beruflich mache sogar damit, ist, dass ich ganz viel alte Hardware auf solche Art und Weise viel länger betreiben kann. Also hatte ich vorhin in dem anderen Vortrag schon, dass man alte Geräte meistens mit so welchen Sachen, dass man sich da einfach zutraut zu sagen, ich gucke mal, wie könnte man das noch länger rausziehen, noch weiter betreiben kann. Also man könnte diesen Router, den man da auf dem Foto sieht, der jetzt ja wirklich über 10 Jahre alt ist, könnte man heute noch betreiben. Leider hat OBMW RT den Support vor einigen Jahren dafür eingestellt, weil der Speicher zu klein ist. Aber keine Sorge, mit einem Lötkolben und der Anleitung im Internet könnte man den vergrößern. Ich habe die leider schon vorher aussortiert. Genau. Ich habe irgendwann mal bei meinem Papa gesehen, der hat damals mit Linux von einer Diskette gestartet, einen Router gehabt, mit ISDN. Das hieß Fly4L. Da war er ganz stolz drauf. Er hat gesagt, so ein Mann, dieser Server bei uns im 19-Zoll-Schrank, der ist unser Router. Und der wird von dieser Diskette gestartet. Ich erinnere mich jetzt gerade dran, da lag nicht nur eine Diskette in dem Laufwerk, da lagen noch irgendwie ein paar oben drauf. Ich glaube, da gab es so ein paar Konfigurationsunterschiede. Den hat er 2005 damals, stand er bei uns im 19-Zoll-Schrank und lief dann mal, bis wir auch so einen blau-schwarzen Router da bekommen haben. Ich habe das später mal genommen und damit selber rumgespielt. Und zwar habe ich einen alten Rechner genommen, nicht so ähnlich wie auf diesem Foto. Ich habe leider nichts gefunden, was genauso war. So, wie es da ungefähr liegt, auf ein Holzbrett geschraubt, an die Wand geschraubt. Das war mal mein Router. In der heutigen Zeit würde man dafür was anderes nehmen oder verhauen werden, weil das einfach Stromverschwendung war. Aber man war ja jung. Man brauchte den schwarzen Hintergrund mit der grünen Schrift und sowas an der Wand. Und man musste ja auch mal ein bisschen rumprobieren. Heutzutage macht das jeder kleine Plastikrouter so mit. Das kann man sich dann sparen. Das waren auf jeden Fall so, IP Fire, glaube ich, hieß es damals. Heutzutage heißt das OpenSense, PFSense, so welche Projekte. Genau, das waren auch so ein paar Anfänge, wie man dann aus alter Hardware noch was machen kann. Heutzutage würde ich jetzt auch kein Pentium 4 mehr nehmen oder sowas, um sowas zu betreiben. Obwohl, es kommt wieder ein Trend. Wir haben keinen Gas, lass uns Strom nehmen. Die Wärme ist gut. Da gab es doch die Herdplatten Edition. Die Herdplatten Edition, genau. Genau, ja. Ist auch im Moment schwer zu bekommen, glaube ich. Genau. Dann hatte ich einen Bekannten, das habe ich leider kein Bild von, aber das dachte ich, kann ich mal gut erzählen. Der hat damals schon sich einen KPC gebaut. Und immer wenn ich darüber nachdenke, denke ich, das war eigentlich richtig innovativ. Der hat ein altes Notebook genommen, hat das hinten an seine Rücksitzbank geschraubt, sich ein VGA-Kabel bis vorne in die Mittelkonsole gezogen und dann einen Flachbildschirm mit Touch-Bedienung da eingebaut gehabt und konnte, wenn das Auto gestartet wurde, ist der Rechner hinten gestartet mit dem Ubuntu drauf und hat sich die Touch-Oberfläche, damals gab es das noch nicht, hat er sich das selber programmiert, dass er, wenn er dahin drückt, dieses Kommando ausgeführt wird. Und er konnte dann ganz stolz seine MP3-Sammlung abspielen. Ich glaube, von der 40-Gigabyte-Festplatte oder so. Das war, bis irgendwann mal eine Bodenwelle die Festplatte in den Himmel gebracht hat, eine coole Sache. Ich hätte das gerne selber mal gebaut, aber kam mich irgendwie nicht zu. Aber ich fand das cool. Ich dachte, das erwähne ich mal mit Grüße an Stefan an der Stelle, falls du das mal siehst. Ja, wenn man natürlich einen schwarzen Hintergrund hat und eine grüne Schrift, passieren auch viele Fehler. SSH sollte man absichern. Ich hatte dann irgendwie schon zehn Jahre Erfahrung oder so und habe dann allen immer ganz toll erzählt, wenn ihr SSH nutzt, dann nimmt unbedingt einen Public Key und Ruth darf sich nicht einloggen können und Port 22 ist sowieso eBay. Das macht mal bitte auf was anderen. Und vor einigen Jahren habe ich dann einen Ruth-Server gehabt, habe den ins Rack geschoben, habe kurz die Proxmox-Installation gemacht, habe mein achtstelliges, kleingeschriebenes Passwort aus nur Buchstaben eingetippt, bin dann aus dem Rechenzentrum rausgegangen und dachte mir, ha, das ändere ich gleich am Schreibtisch. Sechs Monate später gab es eine nicht schöne Nachricht am Morgen, die dann da hieß, Warum? Und da fiel mir doch ein, irgendwas hatte ich vergessen. Obwohl ich es ja eigentlich besser wusste. Deswegen dachte ich, ich bereite das nochmal auf. Es gibt ja auch so einen Sicherheitsbericht, den kann ich aus Gründen natürlich nicht ganz rausgeben, aber ich erzähle das mal so ein bisschen. Public Key Verfahren, sollte man sich angucken, habe ich dann auch ein zweites Mal nochmal gelernt, worauf man da achten sollte. Genau. Habe dann mit Portknocking auch schon mal rumgespielt, dieses Fail to Bun, habe mich dabei selber ausgesperrt. Also ich weiß nicht, wer kennt es nicht? Schon mal ausgesperrt aus dem System irgendjemand von euch? Ja, ich sehe hier ein, zwei überlegene Gesichter. Kommt mir auch bekannt vor. Genau, also ist ein Klassiker. Grüße an Hendrik an der Stelle. Du wusstest das dann ja auch. Genau, dann hatte ich vorhin schon erzählt mit dem WLAN und so, wie ich zu meinem LinkedIn kam. Ich habe ganz viel Vardriving gemacht. Das war so, man hat sein altes Notebook genommen mit dem schwarzen Hintergrund, der grünen Schrift, hat das ins Auto gepackt, ein USB-GPS angeschlossen und hat dann versucht, die ganzen Netzwerke zu finden, wo man dann noch schneller runterladen konnte, weil man hatte ja kein Internet, man war ja jung und Mobilfunk war noch nicht so angesagt. Da bin ich da so ein bisschen reingekommen, wie macht man sowas? Hatte das auch bei diesem Auto-PC zum Beispiel gesehen, der hatte da auch irgendwie GPS mit dran. Wie hat er das gemacht? Dann hat er das mal versucht, so ein bisschen nachzumachen. Dann ging es dann los mit den WLAN-Karten, dass man sich immer mit Treibern beschäftigen musste. Also damals war das ja so, da musstest du mal einen Treiber kompilieren, dann gab es den, dann musstest du den und den nehmen und wenn die Mondphase nicht passt, hat das auch nicht funktioniert. Dann musste man die und die Generation haben und heutzutage, wenn man zum Media Markt geht, da denkt keiner darüber nach, aber spätestens, wenn man dann guckt, ist das jetzt die Version und der eine oder andere kennt das vielleicht, das ist alles ein bisschen besser geworden, aber gerade in solchen Bereichen, da ist es immer noch ein Problem. Was haben wir mit Linux auch Tolles gemacht? Das ist gar nicht so alt, ich weiß gar nicht, kann man glaube ich erzählen. Wir haben im Hackerspace in Flensburg, haben wir gemerkt, dass wir ein paar hundert Meter weiter das Signal von dem öffentlichen WLAN der Stadt empfangen haben, beziehungsweise von den Stadtwerken Flensburg. Einmal quer über den Hafen, ich glaube, das sind über 800 Meter und wir wollten das gerne nutzen, weil im Hackerspace, wir haben auch einen DSL-Anschluss im Keller, aber hey, man braucht ein Backup, man ist Linux-Nutzer, da reicht der Traffic nie, besonders nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, da kann man gar nicht genug Internet haben. Wie kriegen wir dieses öffentliche WLAN, was ohne Drosselung direkt an der Glasfaser ist, möglichst effizient in unseren Hackerspace? Nachteil haben wir gemerkt, der Anbieter gibt das schon kostenfrei weiter und man kann das auch kostenfrei nutzen, allerdings nur zwei Stunden am Tag. Eine Anmerkung aus dem Hackerspace folgte schnell, pro Gerät. Daraufhin hat man sich dann vielleicht nochmal mit der einen oder anderen Bash-Scripting-Sache beschäftigt, ich nicht persönlich, sondern andere haben das gemacht, auf meinen Wunsch hin, die haben sich da besser ausgekannt und es gab dann ziemlich schnell ein Skript, was halt alle zwei Stunden in Rotation, fairerweise immer die gleiche MAC-Adresse nach 24 Stunden, muss man dazu sagen, durchgewechselt hat und für einen zusätzlichen Internetanschluss gesorgt hat, der einmal quer über den Flensburger Hafen bis heute geht. Grüße gehen raus an OpenXS, wenn ihr jetzt Drosselt, wissen wir, dass ihr das gemacht habt. Funktioniert sehr gut. Der Skript ist, glaube ich, auch auf GitHub, muss ich mal gucken. Genau, also gebt euer Internet frei, das hilft, sowas einzusparen. Kleine Anmerkung meinerseits, falls ihr euch mal MAC-Adressen ausdenken müsst, die NSA hat einen MAC-Adressbereich präsentieren lassen und auf vielen Geräten sieht man ja, von welchem Hersteller die MAC-Adresse ursprünglich registriert wurde. Das ist teilweise ganz lustig. Also das gehört... In den Logs gucken und auf einmal die NSA-Dross vorfinden. Ich fasse das mal kurz zusammen. Wenn man wahrscheinlich jemand ist mit einem schwarzen Hintergrund und einer grünen Schrift auf dem Bildschirm, will man diesen Adressbrock von den MAC-Adressen der NSA benutzen, um sich eine auszudenken. Finde ich gut. Ja, doch, das müssten wir in dem Skript, glaube ich, mal nachpflegen. Vielleicht tauschen die doch mal die Adressen durch. Ich weiß nicht, wer von euch hat ein Android-Handy und hat schon mal die ROM getauscht. Oh, jetzt gehen hier einige Hände hoch. Wer von euch hat ein Android-Handy, die ROM getauscht und es hat sofort funktioniert? Es werden weniger Hände. Wer von euch hat das schon mal gemacht und es hat gar nicht funktioniert? Mehr Hände. Ich habe irgendwann mal ein Windows-Phone gehabt. Ja, ich weiß. Ich war jung, hatte nicht Geld und das klang so gut in der Marketing-Broschüre. War es nicht. Es konnte umgeflasht werden. Das war, glaube ich, das erste Smartphone, auf was ich hatte. Fairerweise. Vielleicht zählt das noch als Ausrede. Ich hatte ein Windows-Phone als erstes Smartphone. Das habe ich irgendwann auf Android umgeflasht und dann ging es los. Dieses, man kann ja und man müsste ja und man sucht sich einfach einen schönen ROM und das funktioniert alles. Und man kann ja auch eine Shell benutzen auf dem Handy. Klang immer super toll, bis man das mal ausprobiert hat. Also heutzutage, wenn ich eine Shell auf dem Handy aufmache, kriege ich immer noch Plug, weil das funktioniert einfach nicht. Das kriege ich nicht hin. Nee, ich brauche hier eine Tastatur dafür. Es gibt Leute, die machen das. Das habe ich auch schon gesehen, aber das ist nichts für mich. Man kann ja eine Tastatur ans Handy anschließen. Ich habe auch seit Jahren eine Bluetooth-Tastatur dafür liegen. Kennst du das, wenn man die immer vergisst? Kennst du das, wenn man den OTG-Adapter auch immer vergisst? Moment, da stellt sich mir die Frage, OTG-Adapter, schleppst du eine Tastatur immer mit? Ja, aber schleppst du die Tastatur dazu immer mit? Da ist er. Ach, da ist er. Ja, okay. In der Bücherei, Entschuldigung, brauchst du die Tastatur gerade? Genau, also ich habe auch viel mit Android zu tun gehabt. Ich habe mich mittlerweile dagegen entschieden und bin zu einer Geißel übergegangen, die einem Obst ähnlich sieht, weil ich da einfach nicht mehr rumbasteln konnte und das mich ein bisschen glücklicher gemacht hat. Weil ich kenne da auch so einen Kollegen, den ich namentlich jetzt nicht nenne. Der hat sich gerade ein neues Telefon gekauft. Wir haben fünf Jahre darauf gewartet. Wir haben schon Geld zusammengelegt gehabt fast, dass er ein neues Telefon bekommt, weil es jedes Mal irgendeine neue Funktion gab, die nicht mehr funktioniert hat, wenn er ein Update eingespielt hat. Und das war immer unerträglich. Man wollte ihn anrufen, dann ging das Mikrofon nicht. Man wollte ihn anrufen, dann ging der Kopfhörer nicht. Man wollte ihn anrufen, dann ging Bluetooth nicht. Man wollte ihn anrufen, das ging gar nicht. Und es war immer etwas Neues und wir waren kurz davor, ihm einfach ein Telefon zu geben, weil es einfach nicht mehr ertragbar war. Er hat jetzt ein neues, das hat andere tolle Funktionen. Ich werde nächstes Jahr vielleicht berichten. Ist aber auch wieder ein Invoid, muss man dazu sagen. Genau, was ist aber für mich, oh, schmied er. Da hast du die Finger von Maschinen, die du nicht kannst bedienen. Was ich mir aufgeschrieben habe noch, was unheimlich wichtig ist, man kann aber Telefone unheimlich lange damit durchtragen. Also gerade das Beispiel vom Kollegen hat gezeigt, man kann die einfach wirklich ziemlich lange noch benutzen und für alle möglichen Dinge. Wir hatten vorhin das Thema Raspberry Pi. Also wer eine Anzeige haben möchte, wie warm ist das Thermometer, da muss ich nicht noch einen Flachbildschirm kaufen und den an Raspberry hängen, der kann auch so ein altes Telefon nehmen. Wichtig ist, Android 4 gehört endlich vernichtet. So, da gibt es keine Diskussion mehr. Und ja, ich kenne noch zahlreiche Geräte in meinem Umfeld, die nicht von mir persönlich sind, aber die kommen mit auf die Liste. Also Android 4 muss weg. So, was haben wir noch? Achso, ja, ganz klar, schwarzer Hintergrund, grüne Schrift, kommen irgendwelche Leute an und sagen, wir brauchen Server. Und wir haben gehört, Linux-Server sind gut. Und dann muss man ja so viele Spiele spielen damals in der Jugend und dann braucht man ja auch mal Server. Und ich weiß nicht, wer von euch hat mal einen Root-Server angemietet, obwohl er nicht wusste, was das ist? Keine Hände gehen hoch, aber ich würde darauf wetten, wenn man so mal zu tun hat, man kennt jemanden, der das mal hatte. Ich habe das auch gehabt und das ist das Erste, was man macht. Man kriegt irgendwie so einen alten Server in die Hand gedrückt und dann probiert man erst mal ein bisschen drum. Ich habe dann auch irgendwie mal angefangen, so einen Gaming-Server aufzusetzen. Dann hat man natürlich nicht immer die ganze Zeit gespielt, hat dann mal angefangen, mal einen Web-Server aufzusetzen, vielleicht mal eine eigene Webseite auszuprobieren. Und man könnte natürlich, wie jeder normale Mensch, einfach sich so ein Web-Space nehmen und das da raufpacken. Oder man lässt halt so ein Pentium 4 zu Hause laufen und düdelt darauf so ein bisschen rum. Später ging das dann weiter, wenn man gemerkt hat, wie das funktioniert, wie so SSH funktioniert, was so Port-Scans im Internet sind, was übernommene Maschinen sind, was Root-Server so an Nachteilen haben, dass man dann auch gesagt hat, ach, vielleicht nimmt man doch lieber einen Cloud-Dienst mit der vorgeschalteten Firewall. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Aber das war auch so ein Prozess der Entwicklung, wo man sich dann quasi erstmal rantasten musste. Außerdem kann ich nicht mehr empfehlen, IDE-Festplatten zu benutzen, die waren damals schon nicht schnell. Genau, dann geht das natürlich los, die Frage, welche Linux-Distribution nimmt man dann jetzt? Ich habe ja einfach mal exemplarisch zwei Memes mitgenommen, das eine einfach nur, weil ich es lustig fand und das andere, weil ich persönlich betroffen bin. Keine Sorge, nicht beim Arch, sondern beim Gnome bin ich betroffen. Denn ich habe angefangen, Leuten zuzuhören bei Linux-Vorträgen und so, die haben gesagt, Gentoo ist das einzig Richtige. Deine CPU muss brennen, bevor du die Maus siehst. Das ist normal, dass dein Office drei Tage zum Updaten braucht und so weiter und so fort. Ich bin froh, diese Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Ich hoffe es zumindest. Ich habe dann irgendwann, habe Suse zuerst mit so gesehen, habe es aber wenig genutzt, bin dann irgendwie bei Ubuntu reingekommen, habe auch mal kurz ein bisschen mit Arch rumprobiert und ich stehe es mir ein, ich kann Gnome 3 nicht bedienen, das ist nichts für mich, ich mag das alte Mate. Das ist mein Windows XP, das will ich behalten, so wie es ist, das haben wir immer schon so gehabt und da habe ich meine kleinen, tollen, kann ich gerade nicht zeigen, aber meine Einblendung, wie viel CPU habe ich gerade oder die lustigen Gnubbelaugen, die dem Mauszeiger hinterher gucken, das ist mein Ding, das brauche ich. Ist doch normal, oder nicht? Das braucht man so. Genau, wenn ihr nachher eine Anregung habt, sagt mir gerne Bescheid, ich muss Ubuntu loswerden, das taugt nichts mehr. Kommt auf die nächsten Folie, verdammt. Auf jeden Fall, genau, Gento, weiß nicht, gibt es das noch, wird das noch benutzt? Nutzt das einer von euch? Jo. Nutzt du das aktiv? Ähm, die und da, ja. Ist das noch so, dass man die Pakete immer neu kompilieren muss für alles? Das ist immer, Ja. Also vielleicht ist das doch was für diesen Winter, wenn man nicht heizen kann, mit normalen Sachen, dann nehme ich ein Gento. Ne, dann nimmst du den Windows vom Scratch. Nimm das vom Scratch, okay, das kompiliert auch alles. Das sind Bücher, wie baue ich mein eigenes Linux? Du brauchst ein Windows-System und dann fängst du an, wie deine persönliche Substanz stellen. Okay, alles klar. Also wenn ihr mich diesen Winter nicht seht, ich habe ein neues Projekt bekommen. Ich kann nicht los, bevor das fertig kompiliert ist. Kann man nichts machen? Ja. Ne, das ist Arch. Ne, da ist das Wiki zu gut bei Arch. Das ist wieder Knackpocket. Das muss ohne Wiki sein. Man muss so klarkommen. Genau. Genau, dann habe ich das nächste, das hatte ich jetzt gerade schon vorweggenommen, dass ich bei Gnome 2 Akam Ubuntu Mate hängen geblieben bin oder allgemein bei Mate Desktop, weil das einfach das ist, was ich seit Jahren gewohnt war. Muss man einfach sagen, da habe ich dann auch so ein bisschen Gewohnheit. Ich bin jetzt auch mehr auf dieser Kommandozeile unterwegs und zwar nicht nur, weil sie schwarz ist mit grün im Vordergrund, sondern vielleicht auch einfach nur sichtbar und benutzbar und man gibt auch mal ein, zwei Befehle ein, die sinnvoll sind und nicht irgendwelche coolen Sachen machen. Man braucht den X-Server doch auch nur, um eine Konsole zu starten. Genau, der X-Server ist nur da, um die Konsole zu starten, genau wie der Edge-Browser auf dem Windows 10 nur dazu da ist, den anderen Browser runterzuladen, den man eigentlich benutzen möchte. Kennt jeder, Gelächter im Raum. Es ist einfach Fakt. Der Vorteil, den ich bei Ubuntu hatte damals und auch bis heute, das ist halt einfach so gut dokumentiert und du findest halt einfach ganz viele andere Leute, die gleiche Probleme hatten. So, und das hat man bei anderen Sachen halt nicht. Durch den Einbau von diesen Snap-Sachen, die ich irgendwie nicht verstanden habe oder noch nicht angeguckt habe, die bei mir andauernd den Nachrichten einblenden, bin ich jetzt aber auch dabei, dass ich gesagt habe, es ist Zeit, man könnte sich mal wieder nach einer anderen Geschmacksrichtung umgucken. Pop ist wie Ubuntu. Pop ist wie Ubuntu, aber ohne Snap. Ohne Snap. Wir sprechen dann nachher nochmal drüber, das hört sich gut an. Genau. Dann habe ich so ein kleines Fazit vorbereitet, warum ich kein Linux als Standard nutze. Ich habe zwar ein Linux-Notebook hier mit, aber das habe ich wirklich nur mitgenommen für die Linux-Tage, damit ich hier nicht die ganze Zeit mit dem MacBook sitze. Damit ich nicht gemobbt werde. Genau. Ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, mich an einem heise Kommentar, einem heise Kommentar, den ich gut fand, also nicht von einem Autor, sondern wirklich in den Kommentaren darunter zu orientieren, der mich seit einigen paar Jahren begleitet und der hat nämlich eine sehr gute Aussage gehabt. Da gab es irgendwie darum, Linux, Windows, Mac, alle haben sich geprügelt in den Kommentaren und er hat gesagt, pass mal auf Leute, es ist ja so, wenn du ein Spiel spielen möchtest, was nur für Windows verfügbar ist, dann solltest du ein Windows nehmen, weil das funktioniert am besten. Wenn du ein DJ bist und dein DJ-Programm ist nur für macOS geschrieben, dann solltest du vielleicht ein macOS benutzen, das macht es leichter. Und wenn du ein Arch-Nutzer bist und du willst den Leuten allen erzählen, dass du Arch-Nutzer bist, dann solltest du vielleicht ein Arch-Linux benutzen, um das mal so zusammenzufassen. Also für jeden Anwendungszweck gibt es immer ein System, aber es gibt kein System, was alles gut kann. Und wenn man das erstmal verstanden hat, dann hat man es ein bisschen leichter in der Welt. Weil es gibt diese Linux-Nutzer, die sagen, es muss ein Linux sein. Und dann sagst du, ja gut, wie läuft denn dein Office da drauf? Also dein Microsoft Office. Dann hörst du ein Zähne knirschen und Fäuste ballen und sagst dir, okay, das war jetzt vielleicht nicht die richtige Einstieg in der Kommunikation. Versuchen wir es nochmal. Wie machst du das denn mit Programm X, was denn halt da nicht drauf laufen kann? Ja, es gibt heutzutage virtuelle Maschinen, man kann sich in Windows mit einpacken, man kann sich aber auch in Linux mit einpacken. Habe ich auch beruflich teilweise viel genutzt, also Rest in Peace mein Ubuntu-Mater auf mein Windows 10 in der VM. Grafikfehler waren immer das Problem, deswegen bin ich da jetzt auch ein bisschen von weg, aber ja, da muss halt demnächst das Linux direkt installiert werden und das Windows 10 in die VM, das hilft nicht, da muss man das Spiel halt einfach umdrehen. Und privat mache ich es jetzt halt mittlerweile so, dass ich einfach gesagt habe, der beste Terminal ist der, der schnell da ist, das heißt, ich klappe mein Notebook auf, starte das System eigentlich nicht, weil es ist da und dann logge ich mich halt einfach per Terminal auf die richtigen Maschinen ein. Ob das dann Remote Desktop ist oder ob das dann Linux Maschine ist mit SSH ist dann auch egal. Bei dem WLAN hier im Kitz müsste man auch eine Mosh benutzen, mache ich dann auch, weil sonst kommt man da nicht stabil drauf, aber das sind dann so Feinheiten, aber das funktioniert halt auch mit dem System. Genau, das sind so meine Erfahrungen der letzten 18 Jahre, so ein bisschen zusammengesammelt. Gerne Anregungen und Fragen jetzt. Ja, wir haben verschiedene Kommentare auf YouTube, beispielsweise schreibt ein Benutzer namens Naipe oder Naipe, Martin Bitlocker hat meine EFI-Partition ruiniert. Scheint es auch ein Krypto-Locker zu sein, keine Ahnung. Also, da kann ich nur zu sagen, installier dir mal ein Windows neu und hab deine Festplatten, die mit TrueCrypt unsichtbar verschlüsselt sind, angesteckt. Das ist auch ein Erlebnis. Lass ich es einfach mal unkommentiert stehen. Schau. Schau.moon schreibt, Freifunkt ist eine feine Sache, das Netz könnte etwas engmaschiger sein in Kiel, also immer fleißig Warbung machen dafür. Ja, ich hab ja vorhin gesagt, dass ich auch Sachen recycle, da sind auch einige Router, die nach Kiel geflossen sind. Da sind noch welche da, also Werbung für Freifunkt Kiel, wir haben noch Router da, kommt vorbei, holt euch welche. Router, die fließen, sehr interessant. Zum Thema KPC, das ist super, sowas kenne ich auch, mit dem MP3-Player im Auto. Smiley. Ja. Das ist die minimalisierte Version davon, ja. Genau. Dann noch ein weiterer Kommentar von ChaoPong, Moon, mein Windows-Phone war super. Steht das? Als Türstopper? Also, das Punkt, also sorry, da war es jetzt kein weiterer Kommentar. Ja. Also, die Kamera ging gut damit und das Bilder angucken, aber dann hört es auch ganz schnell wieder auf. Als Türstopper, interessant. Ja, das waren die Kommentare jetzt von YouTube. Gibt es denn hier noch Wortmeldungen oder Fragen, Anmerkungen, Hinweise? Da legen wir einfach mal los. Bitte kurz die Frage wiederholen. Also, hier, Microsoft-Handys, Stichwort. Also, ich habe kein Microsoft-Handy benutzt, aber eine Zeit lang war Microsoft ja mal im Smartphone-Business gar nicht so schlecht, angeblich. zumindest waren die Handys benutzbar, diese Kaffel-Handys. Und ich kenne zumindest auch Leute, die davon ganz begeistert waren. Aber irgendwann hat Microsoft sich ja dazu entschieden, da komplett auszusteigen. Gott sei Dank. Also, wahrscheinlich war der Kommentar auf diese Kaffel-Handys bezogen und nicht auf die 2008er PDA Windows Mobile. Nee, also, du hast, ich wiederhole das einmal ein bisschen. Du hast gesagt, die waren ja mit den Karreln wohl gar nicht so unpopulär mal eine Zeit lang. Ich hatte eins der ersten dieser Generation, wo das aufhörte, dass man, also, ich weiß nicht, ich gucke gerade in die jüngeren Gesichter. Kennt ihr das noch, dass man ein Handy hat, wo man einen Stift hat? Wo man mit so einem Stift drauf rumdrückt? Komm jetzt wieder. Komm jetzt wieder. Ja, kann man auch falten wieder, ich weiß, aber es gab mal so eine Zeit, das hatte ich auch noch, aber das meinte ich nicht. Das waren die Windows-Funden wirklich mit so einem Stift, mit einer festen Antenne, wo man noch Leute mit piksen konnte, mit Infrarotschenstelle, oh, das war das, und ganz tolle Ladestände. Heutzutage kauft man sich das extra für sein Handy, wo man das so reinstellen kann. Das war damals dabei, aber das war das nicht. Das war schon danach. Das war schon die Vorgänger dieser Karreln, ganz knapp davor. Also, über ein Windows-Handy geredet hast, dachte ich, du redest über so ein PDA. Nee, 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 das war kein PDA. Das war ein Smartphone. Du konntest ohne Stift mit dem Finger, konntest du schon die Knöpfe drücken. Und du hattest sogar eine Kamera dran. Weitere Frage. Jetzt habe ich eine Anekdote beizutragen. In ungefähr 2010, 2011 habe ich meinen Freund angefangen, mit dem Geo zu cachen. Und damals musste man noch so ein externe GPS-Ding kaufen, weil das eingebaut noch ziemlich schlecht macht. Und ein Kumpel von mir hat alle so Android-Smartphones, war auf jeden Fall das ganz okay. Und ein Kumpel hatte so ein PDA-mäßiges mit Windows-Mobile-CE 6.5 oder so. Und deswegen hat er natürlich wo Wunder eine Reset-Taster. Ja, ich fasse es kurz zusammen. Die Windows-Fonds hatten ein Hardware-Reset geschnopft, wie ein Rechner. Als Anekdote, ja. Kenne ich auch. Und wenn du keine Batterie eingelegt hattest bei den ganz alten Geräten, dann waren alle deine Daten weg. Weitere Anmerkungen, Anekdoten, Hinweise, Fragen? Ja, dann gleich mal vielen Dank für den tollen Frustrag. Danke. Applaus Ja.